Meine Damen und Herren, wir freuen uns heute, dass es kein Untertag für die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen ist. Aber zuallererst geht mein Glückwunsch an den Wahlsieger Armin Laschet. Ich wünsche ihm eine gute Hand für unser Land. Mein Dank in diesen Minuten an die Partei, die gekämpft hat, überall viel unterwegs war. Es hat nicht gereicht. Wir haben das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler nicht mehr gewinnen können. Ich bedanke mich bei denen, die uns bei dieser Wahl unterstützt haben, auch aus Berlin und aus anderen Bundesländern. Es gab einen engagierten Einsatz, aber es hat nicht gereicht. Wir haben einen Wahlkampf gefühlt, bei dem es fast ausschließlich um landespolitische Themen geht. Darum hatte ich auch Berlin gebeten, uns hier über Landespolitik entscheiden zu lassen. Und diese Entscheidung ist zu unseren Ungunsten sehr klar ausgefallen. Es macht mich traurig, dass viele ihren Wahlkreis nicht wieder gewonnen haben. Und ich muss sagen, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung. Und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten, damit die NRW-SPD eine Chance auf einen Neuanfang hat. Ich wünsche meiner Partei weiterhin alles Gute. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben in den letzten sieben Jahren das Land Schritt für Schritt nach vorne gebracht. Leider konnten wir es den Wählerinnen und Wählern nicht vermitteln. Herzlichen Dank an euch alle. Glückwunsch.